Man weiß, dass nur 16 Feldspieler plus zwei Torhüter dabei sind jetzt bei Olympia. Aber wir haben davor jetzt auch noch wichtige Spiele, die wir erstmal absolvieren müssen, bevor wir dann Richtung Olympia fahren. Klar, es ist jetzt eine Vorbereitung auf Olympia. Die Zeit, die will jede Spielerin nutzen, sich zu zeigen. Und letztendlich wird dann Horst die Entscheidung treffen. Aber der Druck ist da, klar. Aber ja, jede Spielerin geht da anders mit um. Untertitelung des ZDF, 2020